Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und wir kommen zurück zu Green Hell. Jetzt müssen wir uns zurück zu unserer Ayahuasca-Schale verlaufen und auf dem Weg dahin am besten diese Lianen finden. Das ist immer noch die falsche, oder? Das ist immer noch die falsche. Wir haben Psychotheria gefunden, die Bären, die wir für das Halluzinogen brauchen, aber leider noch nichts anderes. Also diese komischen Lianen, die irgendwie noch nicht. Da haben wir nur die falschen. Die normalen, die wir als Seil benutzen können. Und ich hoffe jetzt sehr, dass wir das Ganze hier überleben. Ich konnte ja nicht speichern. Wir rennen hier gerade einfach nur so rum und hoffen, dass uns keine eingeborenen Jaguare und was weiß ich, was hier alles noch reingepatcht wurde, was gefährlich ist, tötet. Da ist ein Schweinchen da unten und ein Bienending. Ich habe gerade tatsächlich einfach keine Ahnung mehr, wo ich bin. Was? Was zirkt denn da immer so? Warte mal, das hier, die könnten es sein. Ja! Gott, wir haben sie gefunden. Kein Platz mehr im Rucksack. Willst du mich denn trollen? Ähm, ist das, ist das was für... Moment, Moment, Moment. Tab ist das? Ist das was, was ich hier raus, was ich hier jetzt dann anbringen muss? Oder ist das was hier draus? Ich könnte nämlich auch... Wobei, wir lassen es erstmal so. Kann ich die jetzt sammeln? Nee. Okay, das muss also in mein... in dieses Fach hier rein. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die Blätter... Könnte ich mir vielleicht ein paar Verbände herstellen? Und dann vielleicht gleich irgendwelche Kräuter dazu? Für was anderes benutze ich die Sachen hier ja eigentlich nicht. Und die Funkien verbrauchen halt sehr, sehr viel Platz. So. Dann könnte ich daraus jetzt noch ein Verband vielleicht herstellen. Und den legen wir uns einfach hier unten hin. Dann legen wir halt die Steine ein Stück weiter hoch. Warte mal, oder gehen die da drauf? Nur einer passt hier noch hin. Dann kann ich die... Dann kann ich... Das passt jetzt nämlich hier hin. Und jetzt müssten ja doch eigentlich die Federn... Genau. Und da müsste ich jetzt ein paar Lianen... Ich hoffe, ich brauche nicht viel von diesem Ayahuasca-Zeug. Ich nehme mal... Wie viel Platz verbraucht das? Ich hätte schon ganz gern drei von diesen Lianen, um ehrlich zu sein. Wie mache ich das, dass ich hier ein bisschen mehr Platz habe? Kann ich den hier vielleicht einfach... zerstören und bestätigen? Dankeschön. Jetzt müsste das doch eigentlich passen, oder? Immer noch nicht. Das tatsächlich nicht. Oh, das ist alles gerade echt furchtbar. Das passt alles hinten und vorne nicht. Ach, Mann, oh. Aber die trockenen Blätter kann ich nicht... Die kann ich da hin tun. Gott sei Dank. Dann müsste ich doch jetzt das hier hier unten hinlegen können. Und ich kann hier noch so eine... Wann ist der Rupes aufsammeln? Dankeschön. Wehe. Jetzt werden wir sterben. Das würde mich sehr ärgern. Ich muss jetzt nur gucken, wie wir wieder nach Hause kommen. Das ist hier... Das ist bei 25... 45. Mal kurz gucken. Oh, wir müssen eigentlich nur noch ein bisschen weiter in den Süden. Dann haben wir es geschafft. Wir sind fast daheim. Wenn ich das richtig sehe. Richtig? 25, 45. Wir müssen fast da sein. Kann das sein? Ne. Morgen. So. Ich laufe mal falsch rum. Ich denke... Ich denke... Ich vergesse immer, dass wir nach oben... Dass wir nach oben müssen. Die Zahl, wo wir hinlaufen, ist oben. Bitte jetzt nichts, was uns tötet. Wir sind so knapp wieder daheim. Fast. Irgendwo ganz hier in der Nähe muss es sein. Ganz in der Nähe. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin tot. Ich will nicht. Oh! Ich hab den Schnitt getötet. Das ist jetzt sehr, sehr ärgerlich. Na gut. Dann laden wir jetzt einmal einfach. Das geht schon. Wir wissen jetzt, nach was wir suchen. Wir haben wenig geschafft, aber wir wissen, nach was wir suchen. Wir brauchen diese komischen Dinge und wir waren eigentlich schon wieder fast zu Hause. Gemeint, dass da so ein Schädelkrieger aufgetaucht ist. Oh Gott, oh Gott. Ich hätte wegrennen sollen, oder? Ich hätte wegrennen sollen. Ich muss mir das merken. Ich bin noch so ein bisschen auf unser Senvival-Spielstand eingestellt. Deswegen... Da war das alles nicht so schwierig. Da haben wir tatsächlich Chancen gehabt, zu überleben. Jetzt lege ich hier meine ganzen Sachen wieder hin. Und die müssen irgendwo in der Nähe müssen diese Sachen sein. Wir wissen, nach was wir suchen. Wir wissen, nach was wir suchen. Und wir werden es finden. Jetzt habe ich das Gefühl, das Laden geht sehr viel schneller als während dem Early Access. Okay. Boah, habe ich mich gerade erschrocken, als der da... Ich habe erst gedacht, das wäre ein Jaguar oder sowas. Jetzt müssen wir natürlich irgendwo diese blöden Lianen nochmal finden. Und die Pflanze. Die waren an sehr, sehr hohen Bäumen. Das ist es nicht. Ähm, Quatsch, nicht so sehr, sehr hohen, an sehr, sehr dicken Bäumen. Du bist... Du bist was anderes. Mist. Ich laufe jetzt einfach mal hier kurz gefährfält ein. Der da hinten könnte... Der! Der hat, der hat, der hat. Das hier ist einer. An dem können wir dann die Lianen sammeln. Jaja, entschuldige. Falsche Taste. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Und ich drücke halt immer F statt E. Mist, kein Platz mehr. Das finde ich jetzt aber ganz doof. Okay. Zwei werden schon reichen, wenn nicht wissen wir, wo wir noch eine finden. Und dann gucke ich jetzt mal, dass ich zurückkomme. Diesmal bitte ohne Eingeborenen. Das wäre echt schön. Die waren so kurz davor. Wir waren, glaube ich, hier ungefähr, oder? Wir waren eben hier. Wir waren fast daheim. Was ist das hier? Sauberes Wasser. Unsicher. Okay. Ich wusste gar nicht, dass so in der Nähe von unserem kleinen Zuhause unsicheres Wasser ist. Hier vorne müsste unser Zuhause sein, oder? Oder auch... Was ist das? Was ist das? Ich bin auch falsch gelaufen jetzt. Mal sehen. Ein bisschen Richtung Norden. Es ist super, wie ich mich immer verlaufe. Wir finden interessante neue Orte, weil ich mich verlaufe. Jetzt müsste ich irgendwo wieder hier hochkommen. Sehe ich das richtig? Da müssten wir irgendwo hoch. Oder laufe ich jetzt gerade schon wieder ganz falsch? Ich laufe schon wieder ganz falsch, oder? Ist aber eigentlich auch egal, denn solange ich nicht diese anderen, ähm, diese Bären finde, ist es total egal. Wir kommen gerade mit unserem Ayahuasca noch nicht weiter. Das heißt, alles, was ich hier suche und finde, ist eigentlich total bedeutungslos, solange ich jetzt nicht diese anderen, diese Psychotheria finde. Ich hätte vorher so gern gespeichert. Damit wir trinken können. Wasser. Von wo auch immer wir wollen. Jetzt habe ich den Baum aus den Augen verloren. Ich bin so ein gescheites Mädel. Aber wir müssen irgendwo da runter. Irgendwo am Fluss. Wenn alle Stricke reißen, dann folgen wir einfach dem Fluss und finden so auch wieder nach Hause. Ist da vorne nicht sogar unser kaputtes Heim? Bin mir nicht ganz sicher. Es könnte stimmen. Es könnte stimmen, dass wir in die richtige Richtung gehen. Ich und mein nicht vorhandener... Kein Ei. Ähm, Orientierungssinn werden uns noch umbringen. Ich weiß es. Aber wie gesagt, wenn wir am Fluss sind, kommen wir auch wieder nach Hause irgendwie. Und da ist keine Psychotheria. Jetzt bin ich wieder da. Ganz toll. Wo war unser Heim? Das war hier 25, fast 26, 46. Hoppala. So. 25, fast... 26, 46. 25, fast 26, 46. Die Richtung weiter. Bitte keine Gegner. Wir müssen ein bisschen weiter in diese Richtung. Hier müsste es eigentlich gleich sein. 25, fast 26. Ja, da sind wir doch wieder bei unserem... Da sind wir doch wieder. Kann ich da jetzt schon die komischen Lianen reintun? Dann könnte ich einmal speichern, dass ich zumindest eine Sache hätte. Genau. Eventuell muss ich die auch noch ein bisschen weiter zubereiten. Ich gehe jetzt erstmal speichern. Die Gefahr, dass wir unseren Fortschritt wieder verlieren, ist mir jetzt zu groß. Aber es hat was... Es war nicht ganz unnötig. Es hat was gebracht. Nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Noch eins hier oben. Hatten wir vorher eigentlich nicht den Spielstand mehr. Kann das sein? Essen wäre auch mal wieder nicht schlecht, oder? Aber wir haben noch genug. Wir haben noch Essen tatsächlich hier. Wir haben noch... Den Pilz will ich nicht einfach so versehentlich essen. Und die Apfelschnecken auch nicht. Die Bananen halten noch ein Weilchen. Die Nüsse auch. Wir essen jetzt einfach ein, zwei Bananen. Und dann suchen wir mal in der Richtung hier drüben. Ob wir hier nicht irgendwo Psychotheria finden können. Hauptsache ist, dass wir zwischendurch speichern. Also ganz... Da wächst Psychotheria. Ich glaube es ja nicht. Unsere Axt ist gleich weg. Okay, aber wir haben auch Psychotheria. Alles gut. Wir können uns da eine neue Axt machen. Und dann haben wir... Ich speichere auch gleich nochmal. Denn es ist, glaube ich, immer zufällig, wo was spawnt. Und nicht, dass wir hinterher Pech haben. Und die Psychotheria nicht mehr in unserer Nähe spawnt. Ja, bitte. Dann gucken wir mal. Das Eierhorst ganz so weg. War das jetzt richtig? Ah, okay. Ja, wir haben alles. Sehr gut. Okay. Das sieht eklig aus. Das sieht furchtbar widerlich aus. Das ist doch garantiert nur eine Halle. Halluzination. Warte auf mich, Kindchen. Hier sind Schmetterlinge. Wow. Und er führt uns, wo auch immer er uns führen möchte. Vielleicht zu der Stelle, die wir vorhin mal entdeckt hatten. Das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass es genau da hinten ist. Wo wir versehentlich schon mal hingelaufen sind. Was auch immer das hier ist. Das war eigentlich auch gerade. Wo sind wir? Gut, dass wir gespeichert haben. Für den Fall der Fälle. Das scheint eine Höhle zu sein. Was war das? Ich gehe schon weiter. Ich gehe ja schon weiter. Aber wenn ihr euch das mal so anguckt. Das scheint so eine Art Höhle zu sein. Ein Durchgang, geformt aus Bäumen, aber als wären die eben im Inneren einer Höhle oder so. Antworten? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich mache, was hier passiert. Ich habe immer gemerkt. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Was hier passiert? Ich bin immer schwer. Sie sind schütt, was hier passiert. Das sind Bilder von uns, das sind aber nicht die Schädelkrieger, seht ihr das? Das sind ganz normale Mia. Was? Was? Das sind Bilder davon und das ist, das seht ihr das ist die Hängematte in der wir geschlafen haben, das sind Kinder. Das ist die Hängematte, das ist dieses verfallene Dorf in dem wir sind. Wir bekommen langsam unsere Erinnerungen wieder. Und vielleicht erfahren wir sogar noch ein bisschen. Das ist übrigens das erste Mal, dass wir weibliche Stammesmitglieder sehen. Ich will sie noch nicht mehr rühren, ich will mich hier ein bisschen umsehen. Das hier könnte später einer von den, die haben rote Haare, diese Schädelkrieger. Wir haben vorher wirklich nie weibliche Stammesmitglieder gesehen, immer nur männliche, immer nur die Krieger. Und es gab auch keine Zeichnungen der Weiblichen. Aber ich glaube, hier gibt es weiter nichts zu entdecken für uns. Wir können nur weitergehen zu Mia. Ein Geschenk nehmen. Wir sind in friedlicher Absicht zu ihm gekommen, wir wollten ihnen helfen, wir wollten sie erforschen. Aber wir wollten sie ja nicht stören. Wir wollten ja nicht, dass andere Leute kommen und sie... Ich habe es verloren, versucht zu kontaktieren. Ich habe es versucht, dass du mir das erzählst. Du hast mich in der Mitte der Nacht, und ich... Ich bin raus, um dich zu suchen, und... All ich mich daran erinnern ist, dass ich... ... und... ... fallen? Wait, du schluchst? Das ist nicht gut. Okay, um, mach es einfach. Sprech. Du kennst dich, wo du bist? Ja, klar, hier ist, ähm, ich habe eine Karte gefunden, Stammesdorf, eine Uhr GPS, wir haben eine Uhr GPS. Äh, ja, ich habe eine Uhr GPS auf meiner Karte, kannst du das darin schreiben? Ja, aber du hat die Karte und die GPS, wir waren nicht supposed zu spüren, und Gott, das ist alles meine Schuld. Hey, hey, da muss man eine andere Weise sein. Ich habe eine Karte, es ist halbiert, aber es ist ein Location auf der Karte, Lambda 2, nicht sicher, was es ist. Nein, ich glaube nicht, so. Kannst du da hin? Well, ich werde versuchen. Du sagst, mich, du verlassenst. Mia, wiederkommen? Du bist verbreitest. Without, oh, ich hoffe... Mia, Mia! Oh, fuck, die Batterie ist dead. Heißt das, dass wir jetzt... Ich speichere erst mal. Heißt das, dass wir jetzt gar kein Walkie-Talkie mehr haben, oder dass es sich jetzt wieder aufladen? Ich überspeiche mal das Erste unten. Wow, das war jetzt eine ziemliche Hausnummer von allem hier. Wir müssen nach Lambda 2, bei uns geht es gut immerhin, wir sind hier, da ist diese komische Höhle, in der wir waren, wir müssen immer noch hier hin. Da, wo wir versucht haben, hinzukommen, da müssen wir jetzt diesmal wirklich hin. Was haben wir hier noch so auf unserer To-Do-Liste? Warte, bis die Funkgerät-Batterie wieder aufgeladen ist, überprüfe den Ort Lambda 2. Okay, gespeichert haben wir. Das haben wir alles in unserem schönen Rucksack. Wir haben ein bisschen Essen, das heißt, ich suche gleich mal, ob ich noch eine andere Banane vielleicht finde. Ob es da noch irgendwas gibt, ansonsten, wir haben noch sechs unbekannte Pilze, das heißt, ich könnte was trinken. Wir haben ein Feuerbrett, ein Vogelnest gefunden, wir haben keine Stöcke, wir haben davon noch was. Ich glaube, ich glaube, das brauche ich nicht mehr, ehrlich. Ich glaube, nochmal Ayahuasca, dann können wir das auch wieder sammeln. Ich lasse es erstmal hier liegen. Und ich würde jetzt erstmal kurz vielleicht... Achso, den... Ich würde jetzt hier erstmal Sachen einsammeln und essen. Und dann überlegen wir uns, wie wir es am besten machen. Wir mussten irgendwo weiter hoch, das heißt, ich sollte vermutlich ein bisschen sinnvoller und gezielter, geordneter... Ich glaube, es ist zwei? Okay. ...vorgehen als das letzte Mal. Nicht einfach drauf loslaufen und das Beste hoffen, sondern ich würde dich vorbereiten. Jetzt gucken, ob ich noch mal ein Gürteltier für Fleisch finde, dass wir gegrilltes Fleisch mitnehmen könnten. Schauen, ob ich noch ein paar Bananen finde. Jetzt ist es kaputt. Wir haben Kohle, Kohle schadet mir und die Lagerfeuerasche übrigens auch nicht. Na ja, der Log-Frage schaltet. Moment, was haben wir? Hallo Mia, hörst du mich? Hallo Mia, hörst du mich? Jake? Oh mein Gott, ich bin freaking out hier. Warum bist du silent? Was ist passiert? Batterie died. Ich hatte zu schärfen, und wir können nicht lange sprechen. Juste erzähle mir, wo du bist. Ich werde dich finden. Ich habe dich gesagt. Ich bin sicher. Wir fokussieren auf dich, okay? Report alles. Ich werde immer hier für dich, wenn du musst. Okay. Ähm, bist du in unserem Zelt? Das bedeutet, dass du in unserem Zelt bist? Du weißt, ich bin sicher. Ich habe dir bereits gesagt. Nicht die Batterie verletzen. Ich werde, wo du mich brauchen musst. Okay. Wir machen das. Über und aus. I'll be wherever you need me. Irgendwie, glaube ich nicht. 6 Prozent. Sprechen wir irgendwann anders zu. Wir müssen erst warten, bis das Funkgerät sich weiter aufgeladen hat. Jaja, ich weiß. Ich sehe es. Wird geladen. Das heißt, momentan kann ich sowieso nicht mit dir reden. Ganz ehrlich, diese Aussage, ich bin, wo immer du mich brauchst. Ich habe es gehört, nicht gelesen. Aber I'll be wherever you need me. Ich bin, wo auch immer du mich brauchst. Das klingt eher so, als wäre sie... Als wäre sie irgendwie ein Gespinst unserer Fantasie. Als wäre sie nicht real. Denn wie kann sie sein, wo auch immer wir sie brauchen, wenn sie real ist. Das passt nicht. Das kann nicht sein. Ich würde jetzt allerdings nochmal speichern. Meine Kokosnusschalen hier einsammeln. Und dann machen wir uns in der nächsten Folge... Da war Wasser drin, oder? Dann machen wir uns in der nächsten Folge auf und versuchen, Lambda 2 zu erreichen. Leider habe ich keine Speere und nichts. Vielleicht finden wir da auf dem Weg hin was. Oder wir gehen nochmal zu der einen Stelle, wo unsicheres Wasser ist und trinken da was. Das ist auch nicht weit. Das ist fast auf dem Weg. Wenn wir hier hingehen, dann könnten wir eventuell hier von da aus einfach nur nach Osten gehen. Und dann sind wir fast da. Das würde auch gehen. Dann probieren wir einfach das, würde ich sagen. Wie gesagt, ich speichere nochmal und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich überleben wir das Ganze. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und wie gesagt, ich glaube, es wäre möglich, dass Mia gerade nur eine Einbildung ist. Und dass wir so sehr diese Einbildung brauchen und für real halten, dass wir tatsächlich auch Rücksicht auf den Zustand unserer Batterie im Funkgerät nehmen. Was eigentlich total lächerlich wäre für eine... Kann ich euch eigentlich nicht einfach so greifen? Nee, kann ich nicht. Schade. Na gut, wir werden aber sehen, was passiert. Wir haben jetzt dieses seltsame Erlebnis, wo unsere Erinnerungen wiederhergestellt wurden. Wo wir erfahren haben, wie wir hier angekommen sind. Was sehr, sehr cool war, ehrlich. Und ich bin gespannt, was noch alles auf uns wartet. Der Story-Modus wird grandios werden, glaube ich. Also, bis zum nächsten Mal und bye bye.